Willkommen zu einem weiteren ATEMIS-V Tutorial. In folgendem Tutorial erfahren Sie mehr über die Einstellungsmöglichkeiten des RPM Generators. In vorherigem Tutorial wurden die Grundlagen des RPM Generators behandelt. Das aktuelle Tutorial beschäftigt sich mit weiteren Einstellungsmöglichkeiten, die Ihnen für die Berechnung der Drehzahl mit dem RPM Generator zur Verfügung stehen. Öffnen Sie eine Datei oder Marke mit dem RPM Generator mit einem Rechtsklick und Open with RPM Generator. Neben den Einstellungen, die Sie auch im Diagramm des Data Viewers nutzen können, wie zum Beispiel der Zoom-Funktion, können Sie im 3D-Diagramm des RPM Generators die Detection Area festlegen. Die Detection Area legt fest, für welchen Auschnitt des Signals die Drehzahl berechnet wird. Bewegen Sie den Mauszeiger an den oberen Rand des Diagramms, bis eine Pfeiltaste erscheint. Durch Verschieben des Balkens können Sie den Detektionsbereich für die Drehzahl eingrenzen und damit die Berechnung beschleunigen. In diesem Fall soll die Drehzahl eines Elektromotors künstlich erzeugt werden. Geben Sie unter Order eine im Signalverlauf deutlich erkennbare Ordnung ein und klicken Sie anschließend auf Mark Prominent Order. In diesem Fall handelt es sich bei der tieffrequenten tonalen Komponente um die achte Ordnung. Um die Berechnungsergebnisse zu verbessern, können Sie weitere Ordnungen angeben. Wie im FFT vs. Time Diagramm erkennbar ist, gibt es im Signalverlauf eine weitere, gut erkennbare Ordnung. Um diese Ordnung zu identifizieren, können Sie den Harmonic Cursor verwenden. Den Harmonic Cursor erreichen Sie mit einem Rechtsklick in das Diagramm. Bewegen Sie den Cursor an die entsprechende Stelle im Diagramm und Sie können die weitere als die 32. Ordnung identifizieren. Mit einem Doppelklick auf die achte Ordnung in der Skala werden Ihnen nur noch die Vielfachen dieser Ordnung angezeigt. Die zusätzliche Ordnung können Sie nun unter Additional Orders eintragen. Unter den Einstellungen zur Order Definition können Sie Einstellungen zum erwarteten Drehzahlverlauf eingeben. Die Einstellung Variable eignet sich für veränderliche Drehzahlverläufe, zum Beispiel Signale mit steigender oder fallender Flanke. Die Einstellung Volatile eignet sich vor allem für schnell veränderliche Drehzahlverläufe. In diesem Fall wird die Einstellung Constant verwendet, da es sich um einen relativ konstanten Drehzahlverlauf handelt. Ein Klick auf Start Detection startet die Berechnung. Im unteren Diagramm wird nun der berechnete Drehzahlverlauf dargestellt. Mit den unterschiedlichen Schaltflächen können Sie die Anzahl der Stützstellen erhöhen, um Veränderungen im Ordnungsverlauf besser abzubilden. Bevor Sie die erzeugten Drehzahlinformationen in einer HDF-Datei abspeichern, können Sie dem neuen Kanal einen Namen geben und den zeitlichen Abschnitt für den Export eingrenzen. Klicken Sie auf Save HDF Fall und Sie können eine neue HDF-Datei erzeugen oder die alte Datei mit den neu erzeugten Drehzahlinformationen überschreiben. Im folgenden Beispiel soll erneut ein Drehzahlkanal für ein Elektromotorgeräusch erzeugt werden. Schränken Sie zunächst den Detektionsbereich ein und passen Sie die Darstellung im Diagramm an. Markieren Sie die Ordnung und probieren Sie unterschiedliche Einstellungen für die Berechnung der Drehzahl aus. In diesem Fall führt die Einstellung Volatile zu den besten Ergebnissen. Mit der Einstellung Volatile können Sie damit auch über der Zeit schnell schwankende Drehzahlen berechnen. Für bestimmte Drehzahlverläufe kann es sein, dass eine Einstellung nicht ausreicht, um den gesamten Drehzahlverlauf eines Signals abzubilden. Für diesen Fall können Sie die Detection Area nutzen, um den Zeit- und Frequenzausschnitt zu definieren, für den die Berechnung durchgeführt wird. Dadurch verbessern Sie nicht nur das Detektionsergebnis, sondern beschleunigen auch die Berechnung. Zudem haben Sie die Möglichkeit, einzelne Signalabschnitte mit unterschiedlichen Einstellungen zu berechnen. Die Drehzahleninformationen werden automatisch aus den einzelnen Berechnungen zusammengefügt. Mithilfe der unterschiedlichen Detektionseinstellungen können Sie somit schnell aus sichtbaren Ordnungsverläufen Drehzahlkanäle erzeugen oder fehlende Informationen in bestehenden Drehzahlkanälen ergänzen. Anschließend können Sie mithilfe der neu erzeugten Daten drehzahlabhängige Analysen durchführen.